Fallout 76 war 2018 vielleicht das auffälligste Endzeit-Spiel. Das beste Endzeit-Spiel 2018 heißt aber Mutant Year Zero, sagt zumindest mein Kollege Christian Schneider. Fritz, was ist denn so toll daran? Ja, es ist so toll daran, es war ja eine kleine Überraschung. Ich finde, es fängt die Erkundungsstimmung der frühen Fallout-Spiele sehr, sehr gut ein. Es wird ja aus der ISO-Perspektive gespielt. Es hat rundenbasierte Taktikkämpfe und eine Endzeit-Welt mit vielen, vielen kleinen, interessanten Details, die man immer wieder finden kann. Und es zeigt eben mal wieder, wie wichtig es ist für so ein Spiel, gute Figuren zu haben und eine gute Geschichte zu erzählen, die auch gut geschrieben ist. Der Kniff an Mutant Year Zero, der Name deutet schon an, ist, dass man eine Gruppe von Mutanten steuert. Man steuert maximal drei Mutanten und die sehen diese Endzeit-Welt aus ihrer eigenen Perspektive. Also die finden zum Beispiel einen Kinderspielplatz oder die Überreste eines Kinderspielplatzes vor, wo so ein kleines Plastikhaus steht. Und dann gehen die hin und wundern sich, wie kann denn das sein? Wie konnten denn diese Leute so klein sein, dass sie da drin leben konnten? Was waren denn das für Verhältnisse? Und dann finden sie irgendwie eine Boombox, also einen Kassettenrekorder und sagen, um Gottes Willen, drück da nicht auf die rote Taste, das Ding heißt Boombox, es wird eine Bombe sein, es explodiert dann natürlich. Bei jeder Entdeckung kommst du an den Punkt, wo du sagst, ich weiß, was das ist oder was das war früher mal, aber was werden die dazu sagen? Wie werden die das einschätzen? Was werden sie glauben, was das war? Und das ist ein toller Griff, um diese Welt aus einer anderen Perspektive noch mal erleben zu lassen. Denn so das klassische Endzeit-Szenario ist ja doch durch die Fallout-Serie, finde ich, ein bisschen abgegriffen. Eigentlich hat man da alles schon gesehen. Und jetzt kriegt man noch mal einen frischen Take auf die ganzen Sachen, indem man einfach andere Leute erzählen lässt, was diese Menschen damit früher wohl so gemacht haben. Hinzu kommt, dass das alles handgebaute, verhältnismäßig kleine Level sind, die man über eine Weltkarte besucht, also auch ein bisschen so wie Fallout 1 und 2, viele, viele Details drin hat, auch grafisch richtig toll aussieht. Also man kann die Umgebung zerstören, Deckungen, Häuser. Es gibt sehr hübsche dynamische Beleuchtung. Es gibt wahnsinnig viele so kleine Situationen, die man finden kann. Und die Figuren selbst sind auch richtig richtig hübsch gestaltet. Man sieht jede Rüstung an ihnen und die geben natürlich dann auch verschiedene Stats. Rundentaktik. Das Kampfsystem orientiert sich also an XCOM. Macht es denn auch was neu? Ja, und das ist auch was, was richtig gut gelungen ist. Denn Mutant Year Zero schafft es, das Spielsystem von XCOM zu übernehmen und um wirklich gute Stealth-Funktionen, also Schleichfunktionen zu erweitern, die endlich mal richtig gut funktionieren. Damit kann man nämlich Überfälle machen. In der Regel erkundet man die Level in Echtzeit. Sobald dann aber Gegner in der Nähe da sind, kann man sich positionieren, irgendwo in Deckung gehen und dann auf Knopfdruck den Angriff starten. Viele von den Figuren können aber auch lautlose Waffen dabei haben. Und das heißt, man könnte so am Rand der gegnerischen Gruppe schon mal schauen, dass man vielleicht mit einer Armbrust den ein oder anderen Gegner ausschaltet. Und dann vermeidet das eben alle sofort Bescheid wissen und alle sofort in den Kampf eingreifen. Und das klappt auch. Bei XCOM ist es ja dann so, dass in den meisten Fällen das ganze Team sofort, das gegnerische Team weiß, was Sache ist und alle angreifen. Und hier funktioniert das ein bisschen dedizierter, dass du sagen kannst, okay, ich schalte jetzt erstmal die Wachen am Wegesrand mehr oder weniger aus. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also Schleichen ist richtig, richtig gut umgesetzt. Außerdem hat man ja auch eine recht überschaubare Gruppe. Also man hat immer drei Mutanten. Das sind am Anfang eben hier diese Ente, das Schwein und dann kommt da noch so ein Mädel dazu. Später kommt auch noch unter anderem ein Fuchs oder eine Füchsin dazu. Und die haben alle jeweils Spezialfähigkeiten. Die können mutieren. Klar sind Mutanten, ne? Schalten dadurch neue Fähigkeiten frei. Es gibt also auch einen Erfahrungsbaum und einen Skilltree. Und als Gegner trifft man ebenfalls Mutanten, aber auch Roboter. Später muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann mit EMP-Waffen zum Beispiel mehr kämpft, weil die halt gegen normale Munition recht unempfindsam sind. Und was mir richtig gut als klein ist, es ist zwar nur ein kleines Detail, aber es gefällt mir im Kampfsystem total gut. Ich bin nun schon sehr ungeduldiger Spieler und das hat eine sehr elegante Beschleunigungsfunktion. Also man drückt einfach eine Taste und solange man sie gedrückt hält, ist der ganze Kampfablauf der gegnerischen Phase beschleunigt. Klar kann man jetzt sagen, gut, dann verpasst man ja Sachen, aber man sieht ja danach, wo sie ungefähr stehen. Und das ist was, was ich mir ehrlich gesagt für jedes Spiel dieser Art in dieser Umsetzung wünschen würde. Battle Tag zum Beispiel könnte das gebrauchen. Da gibt es zwar auch eine Beschleunigungsfunktion, aber die ist so eingeschränkt. Und wie gesagt, ich bin eher, gerade was bei Rundenstrategiespielen angeht, eher der ein bisschen ungeduldige Spieler. Ich will die gegnerische Runde eher etwas schneller sehen. Wie lange habe ich denn Spaß mit diesem Spiel? Also Spaß hat man, wenn man sowas mag, das ist der Tolle ran von Anfang bis Ende, denn es gibt kein so Platzhalter-Content, dadurch, dass eben alles selbst gebaut ist. Nachteil daran ist kein Zufallssystem, sondern durch den Story-Fokus wirklich mehr oder weniger ein Level nach dem nächsten. Gibt es ein paar abweichende Wege, die man gehen kann, so als Zusatzaufgaben. Aber so ungefähr nach 15 bis 20 Stunden ist man dann auch tatsächlich damit durch. Hat aber eben eine sehr interessante Geschichte erlebt mit sehr einzigartigen Leveln. Wo kriege ich es her? Was kostet es mich? Mutant Year Zero gibt es für 35 Euro auf dem PC, über Steam und auf der PS4 und auf der Xbox One. Zum selben Preis auf der Xbox One als Besonderheit noch ist es Teil des Xbox Game Passes.